Halli, Hallo, Hallöchen! Schön, dass ihr heute dabei seid bei Let's Play Overwatch und der Rio ist hier in seiner schwebenden Form dabei und ich spiele Junkrat. Und jetzt hast du mir gar nicht Bescheid gesagt, dass du aufnimmst. Ich nehme auf! Deswegen konnte ich nicht pünktlich starten, also auch bei mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Sorry, sorry an die spät eingeschalteten, ich hab die geilsten Winze schon gemacht und ne, ihr habt sie alle verpasst. Ne, hast du nicht, aber ist egal. So, ich spiel übrigens in seinem Tag. Oh. Jo, den hab ich gar nicht kommen sehen. Der war auf einmal plötzlich da. Jo, ich hab über, irgendwie war ich grad so ein bisschen verpeilt, also das war ich schon ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ja, ich schwimmen mit Support, weil irgendwie wir nur in Runden reinkommen, wo die Leute können Support spielen. Warum auch immer. Also bin ich mal wieder Support. Zenyatta. Diesmal nicht Lucio. Normalerweise ist Lucio mein Lieblings-Support, aber ich kann ja nicht alle paar Runden Lucio spielen. Und... Naja. So viel Lucio gibt's nicht. Ja und ich, wie gesagt, Chunkrat fände ich einfach vom Style her und vom Humor, ganz lustig. So. Und Zenyatta macht einfach massiven Schaden, gerade gegen Tanks. Deswegen ist der ganz witzig, auch an sich. Hat aber leider nicht so viel Leben, hat immer ein Schild mit dabei und kann eben durch diese Sphäre der Schwäche oder Disharmonie oder keine Ahnung, kann er wirklich ziemlich mächtig Schaden austeilen. Obwohl er auch schon genervt worden ist, aber der macht immer noch guten Damage. So. Da sieht man's wieder mit dem Schild. Zack. Ah, schade. Discorde of Returned. Du shan not pass. Du shan not pass. Ich kann mich nämlich leider nicht gewünschtlich gut selbst heilen. Und da hab ich den Mech eliminiert. Ah, ich würd mich grad, äh, unbesiegbar machen und euch alle heilen. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Nein, da kommt, oh, ich krieg immer diese E-Form von McCree ab. Schade, schade, leider keine. Aber die hat er mir auch voll auf die Fresse geworfen, muss man ihn mal lassen. So, irgendwie will ich euch gerne heilen, aber... Aber ist halt mal nicht. Oh, oh, oh. Wohin kommt er? Wohin kommt er? Ach so. Komm doch her jetzt. Kommt jetzt her. Na endlich. Ja. Sie gesichert. Da haben sie geschlafen. Wirklich viel Schaden hab ich nicht gemacht, aber... Ne, ich auch nicht. Aber... Am Ende ist mir ja alles egal, Hauptsache der Sieg ist da. Alles egal, ist mir egal. Das ist ganz witzig. Ich hatte ja meine Ulti ready und da hat die Diva gerade ihre Explosion da reingezogen. Ich war... Kurz zur Erklärung, Zenyatta ist ja... Zenyatta ist unbesiegbar, beziehungsweise kriegt keinen Schaden, wenn er seine Ulti anhat. Und dann ist dieses Ding, dieser Mech explodiert und ich wurde voll weggeschleudert. Drei... Zwei... Ich hab sie so Päm gemacht. Päm! Ach, ich war ganz witzig. Das vielleicht mal... Nochmal kurz... Läutern. Da bitte ne Meilung. Ach komm! Das gibt's doch einfach nicht. Ah, ich stand da aber scheiße, deswegen konnte ich mich wegnehmen. Los! Mach was! Ah, schön! Das ist nicht normal manchmal. Oh, das war wirklich mega gut, der Schuss. Danke. Danke. Ich glaub ich sollte sie gleich mal wechseln. Das ist nicht so mein Zenyatta-Tag. Auch zu wenig Tanks dafür. Und zwar sind Tanks, dem das nicht was ausmacht, wenn ich ihn halt einfach mal wegschieße. Die Heilung war wichtig, danke. Ey, ein Kill hat die gemacht, ne? Jumped einfach nur hoch und macht einen Kill. Irgendwie bin ich gerade nur dabei, wieder zurückzulaufen. Hier braucht man gar keinen Tink gerade. Oh! Jetzt hat er mich gehabt, das hat sich so lange da verharrt und gehofft, dass das Team kommt, aber irgendwann war jetzt mal Schluss. Aus die Maus! Und du musst da raus. Ach komm! Ey, das Skimm gibt's doch nicht. Ich nehme jetzt einen anderen. Wird's doch los hier nehmen. Wird's doch los hier nehmen. Jetzt hab ich mich fast selbst gerichtet auf Gründen der Granate. Nee, das ist echt doof. Einmal kurz, Näschen-Buder, gut weitermachen. Die Stunde hat geschickt. Äh, die Stunde hat geschickt. Äh, äh. Die verschiedenen Sounds der... Das liebt doch schon mal besser. Na komm doch, schieß doch, schieß doch. Hä, siehst doch. Barriere wurde hart genervt. Ja, ich hab zwei rausgenommen in der Zeit. Hast leider hier die andere gekommen und hat mich weggemacht. Aber ist mir egal. Mann, ey, immer renne ich bei der blöden Farrah in die Ulti rein. Ich fass es nicht. Aber es schaut doch ganz gut aus. Die kann nicht mal was. Die macht einen Kill mit ihr blöden Ulti. Warte mal, ich. Und fucking passbar. So. Leichts aber auch hier. Ah, jetzt ist die da noch. Komm, mach sie weg. Da hat man einen Dschungelgut. Na, das war sie. Sieg. nice one hier verursachter schaden number one number one der der rio mit seinem skin sehr nice naja und ist ready wp chanke bei kids wo auch da wurde ich gelobt und das auch noch vom gegner das heißt ich ging den auf den sack das ist immer gut der den schadupi 22 eliminierung kriegt dann halt meinen stimme ja würde ich sagen war war wieder mal intensiv bis zum ende aber dann mit dem glücklichen ausgang für uns deswegen schön dass ihr dabei wart danke rio ja gerne danke auch bis zum nächsten mal tschüss